Hallo zusammen, willkommen zu einer, ja was ist das für ein Video, ich habe keine Ahnung, ich habe gerade ein, es geht um den Ark Imperium Server von Ark, ich habe gerade ein Video gesehen, auf einem anderen Kanal, von dem Dam, der stellt den neuen Ark Server vor, den neuen Imperium Server vor, beziehungsweise er sagt, gibt Infos, wann der on kommt und so weiter. Und ich habe jetzt ganz, ganz spontan entschieden, ja, euch hier einfach mal bei mir auf dem Kanal Bescheid zu geben, weil nicht alle, glaube ich, bei dem Elias, bei dem Dam auf dem Kanal vorbeischauen oder wissen, wo sie nachschauen sollen, deswegen habe ich gedacht, ach, machst du das einfach mal mit. Ich weiß, ich habe schon lange keine Videos mehr hochgeladen und weiß auch gar nicht, wie viele Leute mir überhaupt noch zuschauen, wenn überhaupt, aber trotzdem habe ich mir jetzt ganz spontan gedacht, ich sage euch Bescheid, es gibt einen neuen Ark Server, bei mir werdet ihr jetzt hier keine konkreten Infos finden oder so, denn darüber bin ich einfach nicht informiert, ich war auch schon lange nicht mehr on gewesen, ich werde aber die Tage auf jeden Fall nochmal im TS vorbeischauen, einfach mal Hallo sagen. Aber, ja, ich verlinke euch, beziehungsweise, was heißt ich verlinke euch, ich gebe euch am Ende dieses Videos, gebe ich euch die Möglichkeit, auf den Kanal zuzugreifen, beziehungsweise kann, den Kanal auch nochmal von dem Dam in meiner Videobeschreibung reinpacken, den Link, sodass ihr euch dort informieren könnt, falls ihr Bock auf den Imperium-Server wieder habt, könnt ihr euch dort informieren, wie und was und überhaupt, soviel ich weiß, gibt es dort zwei Videos, heute kam eins raus, wann der startet. Und, ja, ich habe jetzt ganz spontan auf jeden Fall entschieden, dass ich, ja, euch Bescheid geben möchte, an dieser Stelle, falls ihr das seht, an die Admins vom Imperium-Server, ganz, ganz liebe Grüße, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen, und, ja, schaut doch einfach mal dort vorbei, vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann, mal sehen, ich weiß es noch nicht. Ja, wie gesagt, also, schaut dort vorbei beim Dam, schaut euch das Video an, holt euch die Informationen, die ihr haben wollt, die ihr braucht, oder die ihr einfach wissen wollt, und, ja, bis denn, ciao, ciao.